Die ist doch größer als die von deinem Vater. Ist das auch Bienenmale? Ja. 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 Ja, ich muss ihn totmachen. Ja, so lange du eine Stelle totmachst, dann gehts da. Jo, trägst du mir auch einen Fisch? Ja, ich mach auch zu. Der ist größer als der von deinem Vater. Aber dreckiger. Ja, ja, kannst du ja sauber machen. Ja. Erstmal noch das aufholen. Ja. Hat er ganz tief geschluckt. Ja. Ich glaube schon. Ihr seht fast gar nicht. Naja, muss geübt sein. Bei so einem, den ich gerade habe, um es rauszuholen, mache ich das erste Mal. Ja, ja. Ja, ja. Sieht das schon richtig aus. Aber das möchte nicht, weil es schon richtig tief ist. Ja. Und du musst die Schnur hängen lassen, bis du den schlägst. Ja. 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 Ja.